Ah, Lipkill ist es, also die Lip ist down. Also die Lip ist so gut im Panzerkampf. Die Lip ist down, wo eben da war. Aber was ist... ...mit der Anti-Luft-Max. Ja, aber ich bin zu... Ich bin zu weit hinten. Ne Mossi hat sich das Selbstmordkommando gemacht. Warte, wir verdienen das Abzeichen. Riko ist hier ein guter Mann. Oh, ich denke ich so hart, der Mensch. Oh, warte, jetzt habe ich Hertha überfahren, von FFS. Aber... Einer habe ich, jawoll. Uh, lauter Rocket Launcher ballert auf mich. Guck mal ein bisschen Gas. Aber die sind alle so bad im Aiming mit ihren Rocket Launcher, dass sie mich alle nicht treffen. Und vor allem habe ich hinter mir Reparatursanit. Den Rico. Wie sie alle abdrehen, wenn sie in der Weile beschossen sind. Wie geil, wie geil. Geiler wäre es, wenn du sie zerstörst. Ja, die drehen halt ab, aber es ist auch schon mal was. Solange sie euch nicht mehr beschießen, ist doch alles glücklich. Warte ab, doch... ...dass sie sich nicht öffnen. Ich brauche Muni. Oh, ich hätte schon wieder beschossen in den Rückkehr. Aua, da ist irgendwas geplatzt. Panzer. Aua, los zurück. Die sind alle, die fliegen alle weg. Aua, was ist denn das jetzt? Nein! Aua, los rein! Ich zeige euch mal Ammo holen. Das geht. Haben wir einen Ammo-Turm hier? Ja, hinter der anderen Base wahrscheinlich. Aber du kannst dann auch gleich mal den A-Punkt zurückholen, weil unsere Leute schaffen es einfach nicht, den A-Punkt wieder zu safen. Das sind so drei Leute vielleicht, so drei Gegner. Und die schaffen es nicht, irgendwie zu fünf den A-Punkt zurückzuholen. Ich werde gleich dauern, was da aussieht. Boah, Alter. Ach, hinter uns ist eine Lip. Die hat sich herangeschlichen, die Sau. Es ist kill. Aber jetzt brauche ich Munition, ich habe gleich nichts mehr. Ja, komm, vor Zeit. Ich bin vorne. Aber nicht bei uns. Was war das jetzt? Ey, was mit der A-Punkt? Wir haben doch... Ah, doch nicht. Habest du den jetzt wieder? Nee. Ich glaube nicht. Doch. Oh, fuck. Haben sie Abwehr geschätzt? Ja. Ich belasse gerade ab. Sven, ich bin hinter dir. Leg Munition auf die Straße. Auf die Straße, der da befragst du. Also... 다시 Geschütz-Kill. Dann... Geschütz-Ding in the stone. Wieder Mosi-Kill. Aber es wird schon wieder repariert. Nächstes Mosi. Nächstes Mosi. Jawohl. Wenn sie kommen, sind sie weg. Nächstes Mosi, weg. Was kriegt so Damage? Lightning Kill Assist. ist der Papier das macht er hier der Brunner Köln jetzt ein Problem er macht sterben die Lütz ins Kiel die Leckwahl hat auch eine Rolle so um oder so weitergeleitet und er hat eine gewählte Kinder Saula er hat ablässigt so war scheißten Städte auch drauf der Scheiß Lacka im panzerkampf die lebt ist da und wo eben da war aber was ist noch eine mission alter ja ich mach gleich jolo er fahrt zurück einfach wobei du kannst auch wieder neu ziehen auf den jadig wohl gerade sagen höre ich möchte die welt es werden in der zeit habe ich ihn wieder zu 150 ja ich komme zurück kommt ja ich habe ja ich glaube ich habe aber ich habe auch das lieben schluss haben wir auch irgendetwas hat die da hinten habe ich einen gesehen habe ich weiß nicht ob er noch lebt jetzt doch doch der obst hat die hier glaube ich ist er wo bist du da ich bin vorne nein ist nicht ja ich habe gemeint er ist vielleicht er wo aber der ist doch nicht er wo meine ist gleich fertig das ist das problem komme ich daraus sei ja vielleicht gleich wieder da geht zur base kann sie auch mal er muss an die mitbringt er warst du ja bestimmt auch keine punkte ich habe nur 38 schlusser hier ist eine erfolge jetzt habe ich genau 1000 ja ich habe mir gestern das geschützt vor Ort also das autogeschützt aber schon wieder tausend von galaxy kommt über uns vorsicht weiß gar nicht wohin mit dem punkt und ich habe jetzt schon mit drei jahre an der jahre wir gar keine neue waffe holen aber ich weiß auch nicht wo ich sonst weil ich treffe die galaxy nicht oder 50 ich hätte die tropft hat auch auf die städte also die sind viel zu weit weg zum treffen ja das ist sehr gut so nein ist nicht das nicht wenn ich soll nicht weg bleiben auch auf dem Weg leben gut hören wie lange geht bei der Aufnahme doch 15 Minuten ja oder 5 wie du willst also wir haben jetzt Prozent ab und um die 6 genaue da wobei wird es geht noch wird noch gut wird 15 gehen da die werden jetzt auf jeden Fall zurück jetzt könnt ihr mit anderen zu kommen wo ist die Munition hin dadurch bringen wir wieder neu er hat sich schon wieder kaputt gemacht ich hab's ausgelutscht auszulein aber schon korte Fotos der ist da wo er redet kärferdeck ist über spartiert er will der drücke oder das brawler hinter mir aber so nicht machen ich bin an die er einfach nur drauf halten der lacht über meine Kugel dann lass ihn lachen ah gut, Dark hat über damit er ist zumindest fähiger wie du ich hab drauf geschossen, leg sie da hin da kommt niemand hin, hier, danke naja, schlecht alter, was die Mossys haben ja lip von rechts, äh links oh, die Mossy rechts ist... brennt brennt, was? ich will die haben ah, wisst ihr, ich muss jetzt ein paar Flugzeuge jagen du umsteht eine Mossy ey, das gibt so schöne Punkte mit dir, Futur was sag ich denn? kriegst bald Unterstützungsding krieg die ganze Zeit, äh... leider kriegst du auch mit Lachschub und... ja, 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 natürlich das Lachschub-Gribe so bestätigt im Zweifel aber die Kopf ist auf mich die will mich jetzt war jetzt Prenzert äh... oh, die Lipp alter, wie... ah, fuck, alter... ah, ich dachte, ich hab sie getragen, jetzt kommt, jetzt kommt wieder... oh, ich bin out of ammo also... jetzt wo die Genauer fliegt, bin ich out of ammo alter, was wollt ihr eigentlich, alter? ihr habt doch eh keine Chance äh, A-Punktes welcher A-Punkt sind wir jetzt eigentlich? ach... ja, ich bin hier um... die Base direkt vor dir gut, dann geh ich weiter vor ja, wir haben uns fast eingenommen, aber nein dann haben die mit dem Stabilisator rum und dann... Stabilisieren und dann zusammen ist der A-Punkt überrannt haben wir eingenommen Morsi ist weg Markus, ich versuche die ganze Zeit die Luft davon ein bisschen zu säubern, aber die hält so viel das ist gar kein Problem, sondern eine Infanterie und die Tanks guck doch mal die... die letzten zwei Videos mal an man weiß, was Luft ist ja boah ah, die Luft hier war heftig da muss ich der Foto recht geben so, jetzt brauche ich wieder Munition Ah, jetzt gleich mal ne Neue Ah, jetzt würde ich den Panzer wiederholt Scheiße, ich werde beschossen kann ich den Neuen Panzer holen so oder, radiert sich die Panzer oder wäre schon geschickt heilt defuse, Sunny heilt defuse, Sunny what the... Munition legen wär's sehr gesch... oh, Reparatur wär noch geschickt reparatur wär noch geschickt ja, Reparatur wär noch geschickt ja, dann geh in Deckung ich komm gleich mit dir vorbeii what the... so weiter dass du auch du auch hier bei ja ich hab kein Leben nix mehr keine Munition geleben aber ich habe eine Hälfte gleicher war abdach habe ich fliege da wie ich mir habe aber gemütlich durch die Gegend ich müsste weiß fliegen er vom Server nein ich habe noch 21 das reicht definitiv nicht mehr sieben Schuss einigen Gerner habe ich